Wie kommt es, dass du schon wach bist? Hast du ausgeschlafen? Ja, ich bin da. Ich habe manchmal aber nicht das Mikrofon direkt bei mir, weil ich muss immer erst den Arm dann rüberziehen. Und das habe ich dann meistens nicht, weil ich habe jetzt gerade noch geguckt, ob ich das irgendwie umstellen kann mit Datenbildschirm und so. Aber der Togo muss mir da mal was basteln. Dann kann man das auch vernünftig machen, weil ich habe ja noch nicht alles da und er ist ja dafür zuständig, dass ich hier die ganzen Bilder kriege, Sunnails und sowas. Dann brauch ich das Programm nicht bei mir draufschmeißen und dann brauch ich es bei mir halt nicht machen. Nein, der Polar darf mich nicht verhauen. Also ich bin meistens so immer bis 1-2 Uhr wach in der Spätschicht, gehe dann ins Bett und versuche dann morgens so spätestens um halbzehn aufzustehen. Also die Betonung liegt bei Versuch. Wollte ich ja gestern auch machen, nur gestern bin ich dann irgendwie gefühlt jetzt um 10 Uhr aufgestanden, war dann noch duschen und dann noch eben Essen gemacht. Und dann habe ich da noch ein bisschen was gewerkelt, war dann noch ein bisschen am PC und dann gucke ich auf, oh scheiße, schon 12, wollte ich ja eigentlich streamen. Und dann so, äh ja, das hat sich dann mal eben erledigt mit dem Stream. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr. Ist das letztendlich doch kaputt? Oder habe ich jetzt was vergessen? Ne, ist jetzt ein freies Heile. Ach, ich bin so froh, wenn die Kabel alle automatisch angeschlossen werden. Das spart hier so viel Zeit einfach. Das ist gut, ich gucke dann nachher mal rein. Ich habe da mal von einem Arbeitskollegen, der hatte mir ein Spiel empfohlen. Das habe ich mal mit reingepackt, das hat er mir gestern geschickt. Also er hat es mir gestern gezeigt. Er sieht interessant aus. Das Problem könnte aber werden, dass wir das auf Twitch nicht zeigen dürfen, weil das doch sehr brutal ist. Nachdem er mir. Da sollten wir dann doch mit Vorsicht genießen. Weil, ähm, es ist, äh, also die englische Version ist nicht gecuttet. Ähm, es könnte aber sein, dass wir da ein bisschen Probleme mitkriegen mit den Leuten. Weil das wohl ziemlich brutal sein soll. Kann auch mal aufs Handy gucken. Weil ich habe auch ein Handy auf Discord drauf extra jetzt gemacht. Dass wenn mal was ist, dass ich das auch mitbekomme. Nur das Handy sagt mir das nicht immer. Ähm, in welchen Channel hast du das reingepackt? Das ist ja auch da oben. Ähm, auch da oben. Weiß. So, wirklich klein. Der ist wirklich klein. Aber fetter Lüfter drauf, ne? Fetter Lüfter drauf. Intel sogar. Heißt du, dass der eine Onboard-Grafikkarte hat? Wie das mal so drauf tippen, ne? Weiß ich die jetzt nicht. Nice. Was von hat, hat man, ne? Was von hat, hat man. Ja, den auch immer neu starten. Wir brauchen hier noch den dritten PC. Also Schreibtisch. Damit ich hier ein bisschen mehr werkeln kann. Die Sachen habe ich alle bestellt, ne? Ich glaube, ja. Problem. Was haben wir denn noch für ein Problem? Ähm. Das ist jetzt creepy. Ich habe hier kein Problem mehr bei dem PC. Ist der noch irgendwo staub oder so? Weil der war gestern nämlich total verstaubt, der PC. Ah, guck mal. Ist jetzt zackfällig. Manchmal nimmt er das auch nicht richtig an. So, ähm. Ah, das ist ja so oft. Also ich kann, also in real life kann ich dir kein PC zusammenbauen. Ich wollte damals, ähm, mir das neue Netzteil einbauen. Hat mir das angeguckt. Hat mein Handy angeguckt. Hat ein Togo angerufen. Ähm. Togo, komm mal vorbei. Bau mir mal das Netzteil ein. Ich habe da keine Ahnung von. Ja, ich bin da bei sowas vorsichtig. Ich habe mal versucht, dann ein PC rumzuschrauben und dann ist der kaputt gegangen. Beziehungsweise, das hat nicht funktioniert. Bevor ich dann mehr kaputt mache, habe ich mir dann gedacht, nee, lässt das mal lieber. Da bauen wir schon mal CPU. Also ich bin da, ich bin da bei sowas, da habe ich keine Ahnung. Da bin ich auch ganz ehrlich. Autos, das könnte ich vielleicht sogar noch machen, aber alles andere. Hole heutzutage, also mittlerweile auch nicht mehr. Aufgrund der Gesundheitslage, sage ich jetzt mal, könnte ich das auch nicht mehr machen. Okay, der ist kaputt, der kann weg. Ja, das ist noch, was ich auch noch machen könnte, aber ich sage mal, so alles, was Richtung Bremsen und sowas geht, alles, wo du dann eigentlich eine Hebelbühne bräuchtest und machst, das so auf, ich sage mal, so auf, wie sagt man, am Garagenplatz, sage ich jetzt einfach mal, das kann ich zum Beispiel nicht mehr. Einfach aus gesundheitlichen Gründen. Den habe ich natürlich nicht gekauft, den G-Skill. Aber bei dir dürfte es, glaube ich, noch relativ einfach sein mit dem, mit dem Ablindlicht. Bei meinen, äh, Nussans, bei den beiden. Der Ablindlicht tauschen, Alter. Oh, Katastrophe. Das ist echt Katastrophe. So, Speicher wollte ich. Und, kill, v, 10. Das ist echt Katastrophe bei den Dingern. Jetzt habe ich jetzt zwei PCs. Weißt du was? Ich mache das mal eben anders. Ja, also ist, äh, Katastrophe. Aber es gibt, es ist immer das, was ich mir sehr gerne erzähle, ist zum Beispiel, wir hatten mal einen Vorta. Ich weiß nicht, ob Vorta es immer noch hat. Ähm. Hier kommst du aber wohl raus. Die haben das zum Beispiel so, die haben so zwei, ähm, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Ähm. Ja, wie denn nicht das denn jetzt am besten? Lass mich überlegen, so zwei Schienen, sage ich jetzt mal, die von oben reingreifen. Und, ähm, die ziehst du raus und dann kannst du den Scheinwerfer rausziehen. Und das ist echt geil gemacht bei den Dingern. Du kannst den kompletten Scheinwerfer rausziehen und dadurch sparst du dir halt das Rumgefummeltste mit den, ähm, sag mal jetzt wie bei dir oder bei mir im Auto, wo du erst das Kabel irgendwie rauskriegen musst. Und dann kommst du da halt gar nicht erst dran und dann hast du wahrscheinlich noch eine Klammer dazwischen, die dann total schief hängt und so weiter. Ähm, da sparst du dir dann, weil du ziehst einfach die, äh, ähm, Klammern, sage ich raus. Dann, ähm, den ganzen Stecker in Ruhe abmachen, kommst überall dran. Ein Bootgerät und kein RAM. Ähm, das funktioniert nämlich einwandfrei. So, an der defekten Teil erst mal verkaufen. Na. Gut, dass ich gestern Abend noch alles gekauft habe. Aber ich kenne das mit der Handbrechen. Also, äh, wir hatten nochmal eine Kundin da, die, äh, da sagt der Chef, ja, komm einfach vorbei, das dauert maximal zehn Minuten. Ich saß eine halbe Stunde an der scheiß, äh, 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 Lampe dran, um die rauszubekommen. Weil erstens kam ich nicht dran und dann, wenn du dran kamst, hattest du so wenig Spielraum, dass du was machen konntest. Und die hat sich natürlich beschwert beim Chef, äh, das haben wir zu lange. Und er kam dann selber gucken, ich sag, ich komm da nicht mal richtig rein mit der Hand. Der Idiot hat sich das natürlich vorher nicht angeguckt, ne? Das ist immer das Beste. Ja, das dauert nicht lange. Mal eben. Kannst du mal eben, äh, ne Birne wechseln? Ja, es ist echt, also der Arbeiten, nö. Der war einer, der hatte keinen Bock zu arbeiten. Ja, wir gucken mal hier eben nach der Software. Da gab es noch was Neues mit dem Markt. Und hat ja, das können wir uns machen. Ein dritter USB-Stick brauche ich jetzt eigentlich nicht. Den Shop brauche ich nicht. Die haben wir noch nicht. Wir brauchen 6000 bis Level 12. Das sollten wir hinkriegen. Ja, das kriegen wir hin, denke ich. Sollte kein Problem sein. So, das kann ich einmal löschen. Der Kurt, der hat noch ein Virus. Können wir mal eben das an der eigentlich gar nicht haben, weil er hat's. Er hat nur die eine Festplatte, der kann kein Virus haben. So, machen wir auch mal hier abkassieren. Boah, das ist ja immer so. Ja, das dauert ja nicht lange. Ja, das dauert ja nicht lange. Das ist so zum Kotzen. Äh, Video. Das ist eine schöne Questreihe. Ja, also das ist, der Virus sitzt definitiv im Raum. Also Polar, du hast es schon erraten. Der sitzt definitiv im Raum. Schön, dass du das schon weißt und dass noch kein gespoilert hast. Äh, was hältst du eigentlich von Back of, äh, Back of, äh, Back, Ach, meine Güte, heute sprechen wir jetzt heute nicht so ganz mein, äh, mein Repertoire, äh, von Back for Blood. So, der erste Eindruck bisher. Was hast du so dazu? Togo meint, es fühlt sich so ein bisschen holzern an beim Spielen, so ein bisschen komisch. Ähm, ich hab so das Gefühl, dass die Waffen einfach grottenschlecht sind und, ähm, sind sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es macht ein bisschen Spaß. Also es ist nicht schlecht. Es läuft gefühlt schneller als Left for Dead, hab ich so das Gefühl. Und die Gegner sind, ja, schwerer, würde ich jetzt nicht behaupten. Ähm, aber die Masse, die uns jetzt am Samstag gekillt hat, die war einfach unübersichtlich. Ach, ne, der war das. Das ist der, der, der Förster ist das. Den, den brauchen wir nicht. Der hat ein Virus. Da soll ich gerade gucken. Der ist fertig. Wir haben keine Kabel reingemacht. Weißt du, jedes Mal, wenn ich die Kabel reinmache, bringt das da so nichts. Äh, Gene. Ähm, Shop. Da, aufsteigend. Aufsteigen. Mach mal das billigste rein. So, Hauptplatzine brauchen wir, äh, nein, Kaby Lake. Weicher, Grafikkarte, Festplatte, Netzteil und Gehäuse. Ich will kurz gucken, wo das auch genommen hat. Ja, sollte er. Heller so weit gefressen. So, ist fertig. Ähm, so. das wusste ich auch noch nicht. dass der RAM, also, wir haben damals, ähm, wo der 4PC kaputt gegangen ist, die Festplatte auf dem Arsch war, hat man die Festplatte auseinandergebaut und komplett, ja, verprügelt, dass da man da keinerlei Daten wieder bekommen kann. Okay, ich will Mindestanforderungen, unzufrieden. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, wo ist es denn, äh, ich wünsche mir immer noch ein Suchbutton bei dem Programm, damit ich das hier vernünftig einstellen kann. Was brauchst du denn für einen Prozessor? Einen i7. Skylake Sockel, die können wir den nehmen. Platine Sockel. Sogar noch im Inventar, Platine. Jo, hab ich. Speicher, machen wir mal, boh, 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 was brauchst du? Bei, machen wir mal 4 rein. Grafikkarte, na, mit 4 GB VRAM, machen wir mal 6 rein. Okay, Ja, das ist gut, dass du feierst. Also wir gucken mal Samstag, wer dann mitmachen will. Ich weiß nicht, ob der Togo oder Alex mitmacht. Ähm, ich weiß auch noch nicht, wann die Petra anfangen will. Ich würde sagen, wir klären das Samstag direkt kurzfristig, wer da mitmachen will und wer nicht. Und wenn da einer von den beiden aussteigt, nehmen wir die sofort mit. Machen wir das so. Ist ein bisschen einfacher. Und ich wünsche ihr nachher einen schönen Arbeitsstag. Hetz dich nicht so, wir hast noch ein paar Stunden. Wir klären das Samstag eben in Ruhe, würde ich sagen. Weil, ich weiß auch noch nicht, wer Samstag dabei ist. Aber wie gesagt, wir gucken mal. Ciao, ciao. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Wollte, VORUM, genau, mindestens 6. Habe ich sogar noch einen in München, HST Gebrauch. Ja, das sind 8 GB VORUM. Ich wollte doch mindestens 6 GB. Oh, ich habe eine neue Grafikkarte, sehe ich gerade. Mein Handy hat gerade vibriert. Oh, Discord Mitteilung. Mein Handy hat gerade vibriert. Ach, du hast mir was geschickt. Online. Online. Morgen abschließen, Wasserküllung installieren, äh, okay. Ja, ja, boah, die sind doch geil. Ja, ich mach mal danach ins Rüben. Äh, so, dann machen wir was zum Check drauf. So, bei dir müssen wir noch den, äh, Ramm installieren. Richtig, wie kannst du ihm einfach Mittel schicken, Schatz? Das kannst du doch nicht bringen, er heißt der falsche, falsche Gehäuse. Ein Mittel schicken. Äh, Gene. Boah, es ist ja noch schlimmer. Ja. Ja, weiß ich. Äh, Fug. Äh, 16 Uhr fängt das an, ich will so früh wie möglich sein. Äh, warum? Oh, das ist doof. Kannst du ja machen über seinen ersten Datenwundung. Ja. 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 Da ziehst du so drauf. Ja, du willst ja nicht. Ja, gibt nur zu viel Tamtam. Ja. Ja, gibt nur zu viel Tamtam. Ja, du bist fertig. Ich hasse dich auch. Hölle Nuss. der pc fertig bc ist auch fertig was hast du keine us gefunden ich habe dass ich ganz dick reingepackt reingepackt das aber auch ein schönes gehäuse habe ich natürlich das problem ich habe natürlich jetzt kein skypeg haben wenn sie reparieren ja abkassieren nach die kabel was das ist so ein schwachsinn mit den kabeln jedes mal so leistungstest okay wir haben kein leistungstest gemacht und er haut uns direkt dafür ein stern in die backen jetzt habe ich das einmal vergessen ja den würde ich ja auf motzen aber ich habe da keine keine sachen also wasser kühlung könnte ich sowieso mitbestellen obwohl ich könnte gleich mal gucken was der drin hat dann machen wir das so kühler nehmen wir mal das billigste platine brauche ich in sky lake ach du bist doof manchmal könnte ich dich weißt du das 1050 hat der drin nein das ist einfach nur mobbing silverstone hat der drin wasser wie viel hat die denn die wird mindestens 600 was haben grafikkarte steigt die mit dabei heute noch bestellen so platine also jetzt ich mache immer leistungstest normalerweise einmal vergesse ist und dann klären die direkt rum gibt fuzzis äh netztal äh netztal Wasserkühlung grafikkarte mach mal die rein mach 795 übrig das platte speicher die haben ja auch eine ssd anbauen können ich kann so wenn wir gleich nach stets machen dann machen und die wir in test machen nach antiviert ist doch auch den beiden pc der gerade frisch aufgesetzt ist und die Das mit den roten Streifen sieht sehr nett aus, da ist erstmal ein Stück dafür, wofür keine Fliege drin ist. Also für eine HDD ist die doch relativ schnell. Was? Musst du was trinken? Ähm, lassen wir mal da drauf. Kann ich löschen? Dann schauen wir mal ob das reicht. Dann verstehe ich das auch nicht, wir haben die selben Sachen eingebaut die er vorher drinnen hatte. Und er pläht drum wegen dem Leistungstest, also da kann irgendwas nicht stimmen. Okay, das geht relativ fix. Den skippen wir gleich, den mach ich aus. Okay. 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 So. 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 So, bauen wir die mal ein hier. Gesundheit. Boah, Alter. Muss erst trotzdem hin. 5000 Leistungswert ist doch optimal. Fahr ich ihm da alleine, es wäre auch egal. So, was sagt der Mark? Komplette PC sieht momentan mau aus. Der geht momentan runter. Jetzt aber noch über den Durchschnitt, also das ist noch ganz okay. Dann machen wir Verlust. Vielleicht macht das doch Bär Sinn zu sagen. Netzteile sind momentan sehr stark entkommen, also komplette PCs zu verkaufen. Das könnte momentan eher mehr Sinn machen. Wir können auch mal gucken wegen PC-Bay, was gibt es denn da so schönes. Der defekte PC, den kaufen wir uns doch direkt mal hier. So, bitte um Hilfe. Neuer PC abkassieren. So, fertig. Den einmal neu starten. Da muss man kurz PC-Bay gucken, verkaufen. Ja, das ist momentan gut dabei. So, was habe ich hier? Liebe Freunde, sorry wegen der Massen-E-Mail. Ich würde davon sagen, er drückt. Ja, tschüss. Egal, Spam-Mehl. Virus-Alarm, nur ein Scherz. Aber wenn sie doch gefallen werden, sind sie auf das Äußerste vorbereitet. Was, wenn nicht? Ah. Jugo, ich habe mein Team im Programm drauf. Gib mir nicht auf den Sack. 32 GB Raumausfluss. Hallo, herzlichen Dank für Ihr Computer. Bestes funktioniert, ist jetzt aber ein bisschen langsam. Der Enkel sagt, ich brauche mehr Rahmen. Packen die davon so viel wie möglich für 350 da rein. Das Schöne an der Geschichte ist, der Enkel verarscht die Oma. Und das finde ich... Ja, es ist halt nicht das unbedingt... Ja, das Schöne ist, ihr erfährt es nachher von selber. Das Traurige ist, dass der Enkel sowas macht. Ja, das ist wirklich traurig. Haben wir noch keine 32 GB dran? Wie viel, wie viel will die wir haben maximal? 350. Wie soll ich das denn machen können? Ähm, boah. 16. Äh, absteigend. Nein, absteigend. 130. Dann wären wir bei 260. Das können wir machen. Bitte um Hilfe. PSU und HDD. Ach, die gehen wir alle mit ihren Kabeln anlaufen. Kabel. Grüne Kabel. Äh. Mit ihren grünen Kabeln. So, PSU und HDD. Äh. Segata hat der drin. Fuck. Wie viel Terabyte hat die denn? Ein Terabyte. Ja, für sowas wäre noch ein weiter Monitor gar nicht so schlecht in dem Spiel. Ähm. Silvestone. Ähm. Endj520. Silvestone. Silvestone. Das hier. Reparatur erforderlich. Naja, wir nehmen erstmal an, wir können ja so noch nicht alles bestellen, weil wir nicht genug Geld haben momentan. Wir müssen ja wieder aus. Du, du sollst hier Upgrades machen, Junge. Was ist los mit dir? Gibt mich einfach aus. So. Gucken wir mal eben den Rest auch nochmal nach. E-Mail. So. Lassen wir den Klassen mal durchgucken. Ah. So. Der ist heute. Dien. Ähm. 22 GB RAM. Team. Groove. Das ist sowas wie Left 4 Dead 1. Ja. Ja. Man hat alle davon ausgegangen, dass es der dritte Teil ist, es ist aber kein dritter Teil. für Left 4 Dead 1. Es wird auch wahrscheinlich keinen dritten Teil für Left 4 Dead geben. Was ich schade finde. so. Ja. Vielleicht kommt dann noch was. Das ist bei vielen Spielen so. Ja. Bester Beispiel. Ja. Was? Ähm. Der 6. Was? oh, die andere habe ich nie gesehen. Oh, der Erste. Und den Ersten habe ich gesehen. Der sah ganz nett aus. Er hat immer getötet. Ja. Ja. Also lass dich reden. Ich nick einfach nur. Was war das denn jetzt, jetzt habe ich nicht gesehen, 3200 Kabel, ich muss mal wirklich alle Kabel kaufen nach und nach. Warum geht das denn nicht? So, wie sieht es hier aus, der läuft, dann machen wir eben, ach der muss ja heute noch fertig sein. Ach ich habe das Dienstprogramm gar nicht drauf, ach so wir können eben einen Virenscan machen. So dann mache ich mal kurz Aufnahmen auf Pause, lasse den durchlaufen und sehen uns danach wieder. So, da sind wir wieder, PC hat 3.308, wie viel sollte der haben, 3.390, verdammt, und ich kann nichts bestellen, aah ist das dumm. CPU, ja fuck, ich kann nichts bestellen, da muss heute raus, aah fuck, das ist scheiße, das ist scheiße, da kann ich noch eine zweite Grafik, da passt nicht ran. Ah, das ist richtig kacke. Das ist richtig kacke, jetzt muss ich gucken, dass ich so viel Geld wie möglich verkaufe, unter die 3.000 komme, also habe ich zwei von denen drin, weiß ich nicht. das Budget hast du denn jetzt noch. 3.000, was hat der für eine, machen wir den 1.8er rein. 3.000, ähm, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, Earth-jęst. es doch gar nicht so ein scheiß wir waren wieder denn nur wieder nicht anmachen aber ich will den pc fertig haben der 70 grad wo wir den übertragten können das ist so dumm einfach aber das ist mir so ein ding wo ich wieder keine ahnung habe übernehmen und neu starten wir wollen wir jetzt ist 51 ok das sollte eigentlich funktionieren kann man aber abstürzt oder nicht 85 grad das sollte kosten okay dann noch mal auf pause so pc ist fertig allerdings musste ich jetzt noch mal den save game laden weil trotz anderes motherboard trotz anderer grafikkarten trotz cpu übertaktung und 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 hat das nicht ganz gereicht ich habe jetzt folgendes gemacht ich habe jetzt neues motherboard eingebaut damit ich zwei grafikkarten einbauen kann und da seht ihr das sind hier zwei recht kleine grafikkarten und hier habe ich jetzt eingebaut das ganze funktioniert jetzt und der weise und ja pc ist fertig deswegen kann ich den jetzt abgeben hätte 7819 wir haben jetzt zwei mal eine scheehan xl drin also eine relativ kleine grafikkarte und das motherboard mit dem der amd variation ja ich würde sagen dann war es das auch heute für die folge erst mal dann kann ich dann eben schon mal den abfrühstücken die anderen teile mal eben bestellen und dann sehen wir uns morgen wieder zum anderen stream zu crash pinnico und im prinzipigen similator weiß noch gar nicht wann die nächste folge kommt aber das sehen wir dann in der nächsten jahr deswegen noch einen schönen tag bis dahin ciao